herzlich willkommen zu einem neuen video wieder heute heute habe ich mich für das motto sprich wie ein pirattag entschieden und im gegenseit zu vielen anderen mottos ist hier sogar der ursprung bekannt und es ist natürlich wieder aus den usa und es sind zwei männer gewesen die bei einem spiel sich gegenseitig mit piraten sprache beschimpft haben und daraus ist es jetzt irgendwie entstanden dass dieser tag existiert und wenn ich da an piraten denke muss ich auch immer an fluch der karibik denken captain jack sparrow und so ein bisschen habe ich versucht so ein bisschen dreadlock artig jetzt hier zu malen aber so ganz ist mir nicht gelungen und da ich wusste dass ich noch einiges in der halben stunde zu schaffen habe habe ich dachte ich deute es einfach nur mal so an möchte ich ja noch den piratenhut aufsetzen und nehme dafür natürlich wieder die obere kopfhälfte mit den haaren weg natürlich hätte ich sie auch vielleicht nicht zeichnen können aber ich wollte möglichst dass die proportionen stimmen vom gesicht und deshalb habe ich das alles erstmal mit gemalt um dann den piratenhut aufzusetzen jetzt zeichne ich den piratenmantel und jetzt sehe ich leider aber dass ihr gar nicht genau sehen könnt was ich da unten gezeichnet habe wo die hände jetzt sind ich hatte jetzt versucht das schon mal so hoch zu schieben aber das geht nicht also jetzt ich meine im video bearbeitungsprogramm ihr werdet das nachher noch sehen weil ich bemerkt habe beim video drehe dass ihr unten weiter gar nicht gesehen hat was ich da gezeichnet habe in der zeit in der ich weiter zeichne werde ich euch noch mal sagen wie ein pirat spricht das ist ja das motto und die piraten sprache beinhaltet fünf formulierungen so typische wörter und das typischste oder wichtigste wort der piraten sprache überhaupt ist das kam besonders gut am anfang oder am ende eines satzes um dem gesagten nachdruck zu verleihen wäre bei mir zum beispiel so ihr könnt gar nicht alles sehen und dann zur begrüßung anderer piraten ist auch ein typisches piratenwort und dann gibt es noch das wort avast das ist ein appellative ausdruck um mehr aufmerksamkeit zu bekommen und dann gibt es noch absolut oder jawohl und bestätigung des kapitän bei ausführung eines befehls und das kennt man ja captain genau ansonsten wüsste ich jetzt nicht was noch piraten typische wörter sind ich habe mir ist auch nicht so aufgefallen dass piraten eine ganz typische sprache haben aber das scheinen wohl diese ganz typischen zu sein und witzigerweise fangen ja auch alle mit a an ja ihr könnt jetzt leider nicht mehr so genau sehen was ich da zeichne weil ich hatte zu weit unten angefangen bei der zeichnung und und hätte eigentlich das blatt schon hoch rücken müssen aber das habe ich dann leider vergessen jetzt zeichne ich noch mal das hemd kriege noch mal ein bisschen farbe eigentlich wollte ich jetzt ursprünglich ganz weiß lassen so seht ihr ich habe es jetzt noch mal hoch geschoben weil ich bemerkt habe dass ich das gar nicht mehr auch sehen konnte auf der kamera und in der zeit ist er nicht sehen konnte es habe ich halt die hose gemalt habe den handersatz diesen typischen haken gezeichnet und ich habe bei diesem bild auch tatsächlich trotz des schwarz weiß grundlegenden zeichnung ein paar farben eingebaut und zwar diesmal ein paar mehr als sonst grün fürs auge goldene knöpfe braun für die hakenhand und dann habe ich noch die narben im gesicht einmal unter dem auge und an der lippe ein bisschen auch mit rosäfarben der hautfarbe gezeichnet was so ein bisschen eine frischere oder schon verheilte narbe darstellen soll so jetzt mache ich noch ein bisschen schatten hinzu damit es noch mal ein bisschen dreidimensional wirkt und ja den mantel wie ihr gesehen habt habe ich ja mit dem finger gemacht und mir dann auch den finger bleistift grafit drauf gemacht und damit den mantel gemacht ich glaube ich war auch mal losen grafit das geht dann doch glaube ich einfacher okay das war's wieder für heute und dann bis zum nächsten mal okay 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 okay